Wenn wir verhindern können, dass man gestochen wird, dann muss man auch keine Angst mehr haben. Ich hab eine Idee. Ja, Entschuldigung. Da denk ich immer, da kommt noch was. Ich hab eine Idee. Ja was? Ja los, spuck's aus, spuck's aus. Was soll denn das sein? Na die Blumen. Wir müssen noch weiterreden. Ja, stimmt. Ich hab noch nicht gedrückt. Vielen Dank Frau, es war wirklich eine große Hilfe. Also jetzt versteh ich kein Wort mehr. Ja. So Henry, da bin ich. Ich hab den ganzen Einkauf ausgekippt. Ich glaub das wird heute nix mehr. Ach das wird jetzt gleich. Ich sag dir mal tschüss bis morgen.